Musik Hinter dem Boden, da steht Portugal in den Startlöchern. Portugal, Rauhockenplatz, Portugal ist hier angereist mit folgender Besetzung. Sportklub Steinen-Basel, die Spielmannschaft von Eicher, der Fußballklub aus Albach und der SV Währlinge. Jawohl, herzlich willkommen in Portugal. Unsere nächsten Gäste hier in Augsburg kommen aus Russland. Musik Bitteschön, jawohl, das sind sie die Russen und das ist der FC Altschmiel, der FC Kloten und SV Moor. Also, herzlich willkommen in Russland. Schön, dass wir hier in Stadt und Stadt sein. Musik Hinter Russland steht Saudi Arabien in den Startlöchern und die entern jetzt auch hier den Center Court. Also, Saudi Arabien ist dabei bei der Mini-WM 2018 in Stuttgart. Herzlich willkommen, Saudi Arabien. Musik Hinter Saudi Arabien reihen sich die Schweden ein. Jawohl, Schweden hier mit wehenden Fahnen rauf auf den Center Court. Schweden, das ist First Vienna FC, der FC Aarberg und Teso Schwabung Augsburg. Also, herzlich willkommen hier in Stuttgart. Schweden, Saudi Arabien, hatte ich gerade vergessen. Paragu, FC Waban und der FC Würzberg. Schön, dass ihr da seid. Hier kommt die Nationalbünde der Schweden. Nach Schweden kommt die Schweiz. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Hier ist sie am Start. Die Schweds, die Eidgenossen. Hier bei uns in Stuttgart. Herzlich willkommen. Applaus Wir machen weiter mit der nächsten Nation. Und zwar dürfte das, wenn mich nicht alles täuscht, Senegal sein. Senegal, bitte rauf aufs Feld. Ihr seid dran. Das hier ist euer Applaus. Wunderbar. Senegal. SFC Melz, der SV Kaufdorf und FC Laufen. Noch einmal ganz schnell zu der Schweizer Besetzung. Der FC Utzenstorf. Fußballklub, Willisau, Zug 4.